Jeder von uns dürfte das Leo kennen. Das Leo ist unser soziokulturelles Zentrum im Stadtteil Herwest. Aber es wirkt nicht nur im Stadtteil Herwest, sondern es wirkt weit über die Grenzen von Herwest in alle anderen Stadtteile hinaus. Und zwar das liegt maßgeblich an einem tollen Team. Christian Jusvik, der Leiter des Leo, hat wirklich ganz ganz tolle Leute an seiner Seite. Sowohl haupt als auch Ehrenamtliche und natürlich auch Honorarkräfte, die gemeinsam auch für das Jahr 2020 ein tolles Programm für Kinder, für Jugendliche, aber auch für Erwachsene auf die Beine gestellt haben. Das Leo ist aber mehr. Es ist nicht nur ein Veranstaltungsort. Es ist ein Ort der Begegnungsschaft, wo Menschen zusammenkommen, sich austauschen können. Dort tagt beispielsweise einmal im Quartal die Herwestkonferenz oder auch besondere Veranstaltungen wie beispielsweise der Weihnachtsmarkt der Mr. Trucker Kinderhilfe. All das macht das Leo zu etwas ganz Besonderem. Und damit ein Ort zu etwas Besonderem werden kann, dafür braucht es Menschen. Diese Menschen sind am Ende natürlich die Haupt- und Ehrenamtlichen, die dort die Arbeit tragen. Aber das sind auch sie, die Menschen, die das Leo besuchen, bei Veranstaltungen bereichern und natürlich auch immer wieder Veranstaltungen mitgestalten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, informieren Sie sich über das Leo, wirken Sie dort mit und machen Sie aus dem Leo das, was es sein soll und was es in den letzten Jahren bewiesen hat. Nämlich ein echtes soziokulturelles Zentrum für die Menschen im Stadtteil Herwest und für die Menschen in unserer Stadt. Viel Freude am Angebot des Leos im Jahr 2020.